Gibt es bei Michel Hunziker, 45, und Tommaso Trussadi, 39, ein liebes Comeback? Die Moderatorin und der Geschäftsmann hatten im Jahr 2014 den Gang vor den Traualtar gewagt. Anfang des Jahres gaben die zwei jedoch ihre Trennung bekannt. In letzter Zeit schienen sich die beiden allerdings wieder anzunähern. Am Wochenende verbrachten die ehemalige Wetten, dass Moderatorin und der Unternehmer erneut Zeit zusammen, und wirkten dabei sehr vertraut. Paparazzi fotografierten die beiden am vergangenen Sonntag, als sie mit den gemeinsamen Töchtern Celeste, Sieben und Sole, Neun einen Ausflug unternahmen. In den Schweizer Alpen genoss die Familie einen langen Herbstspaziergang. Dabei hatte der 39-Jährige seinen Arm um die TV-Moderatorin gelegt. Die beiden wirkten sichtlich vertraut und glücklich miteinander. Nur einen Tag zuvor wurden Michel und Tommaso mit ihren Kindern in einem Kletterpark in Italien gesichtet. Vor allem Michel strahlte auf den Bildern bis über beide Ohren, während sie in schwindelerregender Höhe baumelte. Das italienische Magazin Chi meint zu wissen, dass die beiden ihre Romanze längst wiederbelebt hätten. Bis zum nächsten Mal. Melanie Untertitelung des ZDF, 2020